Hallo, grüßt euch. Herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem kleinen Infovideo für Train Simworld 3. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ja, was ich vor einem Monat schon gemunkelt habe, scheint sich zu verdichten, denn es wird am 22. August, die Info kam gerade eben raus, die News, auf der Seite von Dirttel Games einen großen Livestream geben, um 15 Uhr unserer Zeit, mitteleuropäischer Sommerzeit. Das ist ein Dienstag und da wollen sie ankündigen, was sie für uns alles so schönes parat haben. Und dieser Livestream wird die August-Roadmap ersetzen. Es wird keine Roadmap geben, wäre eigentlich heute rausgekommen, am 1. August. Kommt ihr immer am 1. Dienstag des Monats. Und ich habe mich schon gewundert, weil kein Stream für die Roadmap angekündigt war. Auch im Forum von Dirttel Games war nichts zu sehen von einer Roadmap, wann die rauskommt. Und ja, werden sie uns da Trains in World 4 oder was auch immer, Trains in World World oder was auch immer ankündigen. Was denkt ihr? Ich bin sehr gespannt, wie ihr das Ganze wahrnehmt. Wir lassen das jetzt einfach mal so stehen, gucken uns die News mal weiter an. Da steht gar nicht viel drin. Sie schreiben hier, ähnlich wie beim Spring Summit, in diesem Jahr ist das die Chance, über all die wunderbaren Dinge zu quatschen, an denen sie arbeiten. Und dann schreiben sie hier, and boy, do we have a lot to share. Sowas wie, und ja, wir haben eine Menge, was wir mit euch teilen wollen. Und hier steht dann noch, as a note, this will replace August's Trains in World Roadmap. Ja, und dann steht hier unten nichts weiter mehr, außer das hier, we are going to tell you all about in with a special Livestream starting at 15 Uhr unserer Zeit. Das ist ja UTC. Und wir sollen uns alle Alarme stellen, weil wir das nicht verpassen wollen. Ja, es ist eine ziemlich kleine News, aber es ist eine News, die doch, denke ich, schon relativ viel Impact hat. Es wird was Großes kommen, das sollte klar sein, weil warum sollten sie extra den ersten jemals veröffentlichten Dovetail Direct Livestream machen, wenn sie da nichts Großes in der Pipeline hätten. Und ja, ich bin, ja, keine Ahnung, ich könnte natürlich auch total auf der falschen Pferde sein, aber es wird was Neues kommen für Trains in World. Weil hier steht nicht mehr Trains in World 3, hier steht nur Trains in World. Und das ist ein kleines, aber feines Detail, wie ich finde. Ich bin gespannt, was ihr so in den Kommentaren schreibt, was ihr denkt, was das zu bedeuten hat, was da kommen wird und was das für einen Impact haben wird. Wenn das wirklich TSW 4 ist, ich hatte ja wie gesagt vor einem Monat bei der Juli Roadmap, weil da ja auch nichts wirklich Großes, Schönes drin stand, schon gemunkelt, dass TSW 4 dieses Jahr noch kommen wird. Oder wie auch immer es dann heißt. Und da haben viele geschrieben, boah, das wäre schon harter Tobak, wenn sie jetzt schon wieder ein neues Spiel rausbringen, den Nachfolger. Sie sollten doch erstmal alle Bugs fixen, etc. Und ja, was das für einen Impact haben wird. Ich bin da übrigens im Urlaub. Ich komme erst am 24. August wieder. Also ich kann dann dazu kein Video machen. Ich kann auch nicht darauf eingehen. Das werde ich dann aber definitiv machen, wenn ich wieder zu Hause bin. Also nicht wundern, wenn da von mir nichts kommt. Ich bin da nicht zu Hause und kann da gar nichts zu machen. Also keine Reaction oder Sonstiges. Ich werde das natürlich aber im Urlaub auch auf dem Schirm haben. Ja, weilen wir mal der Dinge, die da kommen. Und ich bin sehr gespannt, was ihr mir dazu in die Kommentare schreibt. Das war es von dieser News. Warten wir noch 20 Tage und schauen mal, was Starfleet Games für uns im Angebot hat. In dem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.